Hallo und herzlich willkommen hier bei Blocktricks. Heute geht's weiter und wir testen mal eine neue Map. Diese Map heißt... Ah, ich hab's vergessen. Die Map heißt Rocket Jump Parcours. Dann erklär ich jetzt mal, worum das geht. Also, in der Map geht es darum, halt ganz normaler Parcours, aber man hat eine Crossbow, wenn man die auf den Boden zielt und dabei springt, da kann man sich halt ganz hoch in die Luft schießen, katapultieren und dann halt von einer Plattform zur nächsten springen. Und wir werden... Also, es gibt nicht nur das ganz normale Gameplay, sondern es gibt auch Minigames, die man auch mit Freunden spielen kann. Aber ich will jetzt erstes mit dem Tutorial anfangen. So, hier sind wir und jetzt müssen wir einfach auf die andere Seite kommen. So, am besten ist es, wenn ihr... Ah, tolles Beispiel. Also, ihr müsst... Am besten so spät wie möglich abdrücken und ihr müsst dann dabei springen. Dadurch kriegt ihr noch einen extra Schub und wenn ihr sprintet, dann kommt ihr noch weiter. So, aber... Wow. Wow. So. Jetzt geht es weiter. Das hier ist schon ein bisschen schwieriger, weil es sehr lange Sprüngen gibt, die man machen muss. So. Yes. Super. Ähm... Genau. Weiter geht's. Und schon mal ein kleiner Testparcours. So, jetzt kommt ein bisschen was schwierigeres. Wir müssen auf den Zielblock zielen, um uns auf die andere Seite zu schieben. Jetzt müssen wir das Ganze von der Wand aus machen. Perfekt. Und das ist noch schwieriger. Achtung, passt auf. Oh mein Gott, das war so knapp. Aber es hat geklappt. So, ich glaube, das ist der letzte Parcours. Aber er ist auch nicht... Er ist auch nicht so einfach. So, Ende. Das ist tatsächlich die Hälfte davon. Also, dass ich bin mehr als doppelt so gut, wie als ich das erste Mal, ähm, das Tutorial gespielt habe. Das hat es mich alles schon mal ausprobiert. So, jetzt geht's weiter mit der ersten Map. Ist es die erste Map? Ne, das ist die erste Map. Hier. Also, los geht's. Oh. Oh, shit. Oops. So. Ich wollte schauen, ob ich den einfach überspringen kann. Oha. Was? Ah. Ach. Mann. Also, das ist in manchen Situationen vielleicht ganz... Oh mein Gott, das war so knapp. Bam. Yes. Ich bin auf keinen Fall genervt, weil diese Karte viel zu schwer für mich ist. Hm. Nach dem erfolgreichen Wetten von Stage 2 habe ich dann noch Stage 3 angefangen. Hier sind nochmal ein paar Einblicke davon. Nein, nein. Oh. Aaaaaaah. Yes. Weiter geht's. Hier hat man unendlich viele Pfeile. Dach. Oha. Mh. Nein. Nein. Das war so knapp. Yes. Aha. Sehr gut. Stage 3. Stage 3. Stage 3. Stage 3 was completed. Jetzt machen wir... Wir probieren ein Minigame. Zwei Meter bin ich weit gekommen. Super. Ich glaube das geht besser. Kann man sprinten? Ja. Was? Wenigstens 10 Meter bin ich... 11 Meter, oder? Oh, neuer Highscore. Ich räume... Ich räume ganz viele Highscores ab. Okay, mein Rekord ist... 1.621 Zentimeter. Also das ist mein Score. Ich bin mir sicher, ihr könnt das schaffen. Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Das war aber auch erstmal alles für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau. Äh... Download-Link wird wie immer in der... ...Beschreibung sein. Und falls ihr wisst, wie ihr Maps installiert, dann schaut euch einfach mal das erste Video... ...in meiner Reihe an. Da erkläre ich auch nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Und auch, wie man, ähm... ...die richtige Minecraft-Version, äh... ...auswählt. Die könnte ich hier auch nochmal sehen. Da, das lila, ne, über meinem Kopf. Das sind die Minecraft-Version, die ihr benutzen könnt. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zur nächsten... ...Folge.